Hi, ich bin Devin und ich möchte dich ganz herzlich hier auf meinem Kanal begrüßen. Ein Blog für Gott. Was meine ich damit eigentlich? Vor ein paar Monaten hat Gott mir aufs Herz gelegt, einen Blog für ihn zu machen. Das heißt, in die Öffentlichkeit zu gehen und von meinem Leben mit ihm zu erzählen. Das heißt, auf diesem Kanal werden Zeugnisse kommen, auf diesem Kanal werden Offenbarungen kommen, die ich von Gott bekommen habe, die ich von anderen Predigern bekommen habe. Auf diesem Kanal geht es um mein Leben, um meine persönliche Beziehung mit Gott und was ich mit ihm erleben darf. Ob das jetzt finanzieller Wohlstand ist, den ich lange durch ihn oder die Freude, die er mir jeden Tag gibt oder irgendwelche Weisheiten. Ich möchte alles mit euch teilen und ich möchte euch zeigen, dass es etwas anderes gibt als das, was die Menschen sagen. Dass es eine Beziehung zu Gott gibt, eine persönliche Beziehung, unabhängig von jeder Religiösigkeit oder von jedem religiösen Verhalten. Und dass Gott jemand anders ist, als das, was ihr vielleicht in der Kirche kennengelernt habt oder das, was euch andere Menschen erzählt haben. Es gibt wirklich einen Gott, der euch liebt, der einen Plan mit eurem Leben hat. Und egal, was ihr getan habt oder wie ihr im Herzen denkt, er möchte nur Gemeinschaft mit euch haben. Und wenn ihr euch darauf einlässt, ich sag's euch, es wird nicht nur ihn freuen, sondern es wird auch euch freuen, weil es euer ganzes Leben verändern wird. Ich hab mich darauf eingelassen und ich gehe mit Gon und ich darf wirklich jeden Tag auf seine Stimme hören. Ich darf jeden Tag was Neues von ihm lernen und ich darf jeden Tag Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich bin voller Freude, voller Liebe, voller Freundlichkeit, voller, voll mit allem. Einfach nur, weil ich mich auf ihn einlasse und es ist nichts, was ich irgendwie schauspielern muss oder was ich zwanghaft aus mir rauspressen muss. Es ist jetzt einfach ein neuer Devin, der entstanden ist in den letzten Monaten. Und ja, wenn ihr das gerne verfolgen möchtet, wenn ihr lernen möchtet, wie ihr auch zu Gott kommt, was die Schritte sind, dann bleibt dran, abonniert diesen Kanal und freut euch auf die nächsten Inhalte, weil dieser Kanal hier ist vom Heiligen Geist geleitet. Und ja, Amen, Halleluja. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und mach's gut. Wir sehen uns. Bye, bye.